Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Survival Games mit Ben oder auch genannte ErlongTV und Marvin. Marvin Takes. Geile Begrüßung und Marvin. Beste Brücken. Und Marvin. Kurz und knapp, so richtig schön präsentiert. Ja und Marvin. Ist auch noch da. Und Marvin. Weil die Karten gehen natürlich in der Beschreibung, falls ich das nicht vergesse. Kann natürlich wohl kommen. Aber ich vergesse nicht. Ich bin nämlich ein nicht vergesslicher Typ. Oder auch nicht. Hier ist Spongebob. Spongebob. Okay, es geht los. Diesmal werde ich nicht zu Anfang gekillt. Wo waren wir? Lang zum Kran oder wohin? Hier, hier, hier. Ey, alle, hier. Ja, ich seh dich. Guck hier, alle direkt hinter uns hoch, direkt hinter uns hoch. Okay. Habs geschafft. Ja, ich geh da ins Haus rein. Ja, okay. Ich bin in diesem anderen Haus drin, ne? Ich hab ein Schwert und Rüstung. Oh. Wo seid ihr entlang gegangen? Äh, hoch. Also hinter uns direkt hoch. Okay, da wo die, beim Kran, da bei den Häusern? Genau. Also, ich bin in so einem Backsteinhaus. Bei der Baustelle, oder? Äh, Baustelle, Baustelle. Ja, in der Nähe der Baustelle. In der Nähe, okay. Komm einfach zum Bahnhof. Wir treffen uns an einem Bahnhof. Ja, ich komm auch. Okay, passt. Der Bahnhof weiß ich. Äh, Johnny, wo bist du? Ja, ich war immer noch in diesem Haus drin. Ja, ey, 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 Ben, komm zurück, komm zurück, Ben, komm zurück. Ja, ich seh Ben. Oh, das bist du, okay, okay. Das bist du, okay. Ja, ich bin ich. Hier, ich bin hinten. Folgt mir. Ja, ich seh euch. Okay, hinterher. Läuft. Okay, passt. Habt ihr ein Schwert, oder so? Nee. Ich hab eins. Nee, ich hab nur ein Holzschwert, also. Okay, gut. Gucken wir mal, ob hier was drin ist. Ja, hab auch ein Schwert. Gut. Okay, ich hab Pfeil und Bogen. Ja. Okay, hier lang. Hier hoch. Hier hoch. Das ist eine. Da ist einer. Snacken wir, da geht hier die Leiter hoch. Ja, okay, dann macht ihr das mal. Ey, Batz, bleib mir unten. Er versucht, mich runterzuhauen. Er versucht mich runterzuhauen und bin noch runtergefallen. Ich hab nicht gestorben. Bleib unten, bleib unten, bleib unten. Nee, ich hab vier Herzen. Fünf. Er ist was, er ist runtergesprungen. Er ist gestorben. Er ist runtergesprungen. Er hat ein Schwert. Unten ist einer. Ey, Ben braucht Hilfe. Ja, ich komm runter. Bei mir hat es auch geleckt. Ich renne an der Feuerwehr entlang. Ich bin auch da. Hier, ich esse auch was. Ist er noch hinter dir? Komm zurück, er ist tot. Okay, fang. Er rennt einfach 30 Meter weg. So, ich hab... Danny, wo bist du? Ich bin hier. Kann ich dir mal das Schwert geben kurz? Ja, klar. Hier. Ich hab hier ein bisschen Loot eingezogen. Wer hat von euch einen Bogen? Ben, ne? Warte, ich hab hier noch zwei Pfeile. Ich hab hier auch einen Bogen. Achso, ja, egal. Naja, ich hab aber auch Pfeile. Ja, ist gut. So. Hier hoch, ne? Habt ihr Hunger? Habt ihr Hunger? Ne, ich hab grad den Kuchen, der da stand, gesnackt. Den, dieser Typ. Warte, ich hab alle Hunger haben für Kuchen. Hier oben ist auch noch mindestens drei Kisten. Ja, ich geh auch grad den Werk hoch. Ist das Kuchen? Okay, die eine ist weg. Wunder ich mich. Ey, das find ich jetzt nicht cool. Ist da noch eine? Achso, da kommt jemand, da kommt jemand. Hilfe. Oh, nein, nein. Holt ihn noch nicht. Bin dabei. Bin dabei. Der hat ein Steinschwert. Ich hab ihn. Alter, noch ein Herz. Nice, 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 nice. Äh, hast du noch ein Schwarz? Warte, ich hab hier noch Rüstung für dich. Goldene. Ähm. Brauchst du noch was? Ich hab hier noch... Ein Schwarz. Hatte der noch ein Steinschwert? Ich hab zwei Dias jetzt. Äh, der hat ein Steinschwert, ja. Ey, ich hab Six gehabt. Ja, ne, ich hab Sticks gehabt. Ja, ich hab Sticks. Dann lass, äh, craften. Warte, ich muss erst was essen. Hier. Nimm auch noch was von den Kuchen. So, super. Okay. Äh, warte hier. Brauchst du noch irgendwas? Was hast du noch im Rüstung nicht? Äh, ne, ich hab gar nichts an Rüstung oder sowas. Äh, warte. Einen Bogen hab ich jetzt auch. Einfach schnell zum Spawn, ne? Ja, ich hab voll Rüstung. Aus Eisen und Ketten. Dann gehen wir jetzt zum Spawn und dann kann ich mir ein Tierschwert craften. Ja, ich hab hier noch Eisenschiefel. Brauchst du Eisenschiefel? Jo, wär ganz geil. Da. Jo, und es lag gerade bei mir. So, jetzt geht's wieder weg. So. Es leben noch sechs Leute. Sechs Leute, warte, hier ist noch ein bisschen Kuchen. So, Kuchen. Sechs Leute, ist ja nicht mehr so viel. Fünf. Jetzt sind es noch fünf. Einer stirbt noch und dann gibt's Deathmatch. Dann gibt's Deathmatch. Solange, ich will mein Tierschwert noch haben. Wo ist die Mitte da hinten? Ab zur Mitte. Oh, okay. Achtung, da steht jemand. Der hat ein Tierschwert. Ich komm, ich komm, ich komm. Wird er schon ein Tierschwert? Ja, aber der haut ab. Ich hab ihn einmal mit dem Bogen getroffen. Okay, gut. Ey, zu zweit kriegt ihr den. Zu zweit kriegt er. Ja, er haut gerade ab. Ich crafte mein Tierschwert. Ich crafte den erstmal. Ich gucke, dass der nicht kommt und dann passt das. Jo. Habt ihr ein Tierschwert. Okay, nice, nice. Sehr gut. Wollt ihr ihn dir einlaufen? Ja, komm, wir rennen. Er rennt. Ja, zur Not, wir haben ja beide noch Goldäpfel. Ja, genau. Er kommt zurück, er kommt zurück, er kommt zurück. Okay, wo ist er? Da. Ich holt ihn dir ein Tierschwert raus. Und ich stehe. Okay, holt ihn euch. Ja, ich hab ihn einmal mit dem Bogen getroffen. Ja, ich bin Italien. So Live-Kameramann hat er von hier oben. Ich versuche, ihn den Weg abzuschneiden. Das gelingt nicht, weil er Richtung Fluss geht. Du rennst in die falsche Richtung. Scheiße. Oh Mann. Er ist am Ufer, er ist ins Wasser gesprungen. Genau. Ich will einfach mal... Wer links, wer links, wer links, wer links muss. Da. Ja. Warte, ich will das. Jetzt kannst du den Weg abzuschneiden. Lauf gerade aus. Fack, 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 fack. Ich bin... Oh Mann. Hätte ich nur früher da sein können. Wo ist er? Äh, rechts, rechts. Ja, da ist er, gleich. Ne, doch links. Das ist bei dem... Siehst du den See? Ja, in dem See. Er geht Richtung Gemütscher. Ja, nein, verfolgt ihn, ha? Oh Mann. Er kommt bestimmt auf dich zu. Denk mal, er kommt auf dich zu. Da ist er. Er macht auch Goldabführen. Ja, weil er gerade racken muss. Gib ihm, gib ihm. Gib ihm. Nein. Oh Mann. Er gibt dir. Scheiße, oh Mann. Ich kann doch nicht weg. Hätte ich auch ein Gold, aber egal. Das war doch eine ganz tolle Runde. Okay. Ja, und tschüss. So, willkommen zurück. Keine große Ansprache, weil das da hinten rangehängt wird. Immer noch zwei dabei. Ben und Marvin. Boah, versuchst du. Ich war jetzt. So. Schluss geht's. Drei Sekunden. Okay. Oh, hast du die mehr. Oh, alles so. Jetzt mal gucken, wo wir... Okay, du bist da. Okay. Ah, jetzt hab... Ne. Ich dachte schon, ich hätte den... Los, 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 los. Ey, ich renne die Mitte. Na ja, gut. Mach die auch. Ich hab Sticks, 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 lol. Ich hab Sticks. Hast du zwei Dias? Ne, ne. Hab ich nicht. Okay, wo seid ihr, wo seid ihr? Ich bin hier. Ja, hier, lauf. Hier, ich seh euch beide. Okay. Ey, komm mit. Ich geh auf den Rär. Oh, ey. Ihr werdet die ganze Zeit zurückgepackt. Ne, das ist dieses Dings, die... Oh, warte, war deine Kiste drinnen? Leider nicht. Okay. Kannst du dich hier unten klatschen? Der hat, glaub, ein Schwert oder so. Ey, ich hab kein Schwert. Also, ich hab nur einen Fisch und einen Stick. Ja, booste mich, booste mich, booste mich. Achso, falsch, ja. Falsch. Der Hand anzugreifen bringt halt bei mir nicht, oder? Naja, der läuft, der läuft. Ja, okay, das in den Laufen, dann kommt mal mit. In den Laufen. Ja. Äh, so, dann müssen hier irgendwo ein paar Kisten sein. Ah, Scheißblatt. In dem anderen Haus, da drüben, ist ein Typ. Hier in dem Haus drin, da ganz oben. Okay. Ah, okay. Ich geh hoch. Ich bin hinter euch. Hörst du einen Schwert? Ich? Nö. Aber ich mach dem Angst. Ah! Nein, ich bin runtergesprungen. Der ist auf dem Dach, drauf. Schaff ich das? Ja, das schaffst du. Ja, mit Sprintbutton nicht. Das ist echt genial. So, da hab ich eben auch. So, wie komm ich da ins Haus rein? Hier, hab einen Gang gefunden. Ah, okay, der ist runtergegangen. Okay, okay. Okay, dann kann ich hier wieder rauskommen. Ja, aber ich geh kommen, der hat Angst. All up. Oh, Scheißblatt. Da vorne ist die Nummer, tippen. Und weg, und weg, und weg, und weg, und weg. Ja, also ich geh mal lieber, ne? Johnny, komm zurück, komm. Ja, ja, ich bin da. Zurück, komm zurück. Was soll ich tun? Ist der Fall, ist der Fall? Nein, das ist der Fall, schaffst du hier. Ah, ich hab mich gewonnen. Ja, ich hab's ja eingesammelt. Sind sie noch hinter uns? Ja, ich bin hinter euch. Ja, nein. Achso, äh, nein, sie sind weg. Okay, komm. Ich hab ein Eichensetzling, ich bin rich. Man kann kein Eichensetzling setzen. Was für eine Scheiße. Mal gucken, ob wir irgendwo mal Kisten finden, weil... Ja, ist ja auch nicht schlecht, weil ich hab noch kein Schwert. Oh mein Gott, oh mein Gott, weg, weg. Weg. Hier links, 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 links. Ich hab aber gleich kein Essen mehr. Der Typ kommt, der Typ kommt, der Typ kommt. Okay, wir verhören ihn. Nein, von da. Okay, ich schaff das. Oh, nein, nein, okay. Keine Scheiße. Nein, kack. Bist du tot? Ich hab's dein Schwert eingesammelt, ich hab's dein Schwert eingesammelt. Ich hab mich im Haus versteckt. Ganz, ganz, ganz gut. Ich geh auch gut. Ja, ich brauch irgendwas. Ist da... Warte, wo bist du? Dann kann ich dir essen gehen. Warte, hast du den auch gehittert? Ich hab gar nichts gemacht. Ich bin feige weggelaufen. Ich hab Rüstung und ein Schwert. Warte, ich kotze dir. Wo bist du? Ähm. Ich laufe einen Berg hoch, gell? Ah, nee, springt auch nicht. Ja, geil, ich kann nicht mehr sprinten. Warte, läuft... Nee, zum Kotzen. Ah, doch. Schade. Okay, das war... Ich kann nicht mehr sprinten, das war ziemlich blöd. So, ich bin hier. Und ich suche den Typen jetzt. Werd euch rechnen. Ey, ist einer davon gestorben oder so? Reche mich. Werde, ich warte. Noch eine Kettenhose hier. Ach. Rechen uns beide. Jetzt brauch ich aber zuerst mal Kisten. Hier, geil, ein Steinschwert. Boah, es leben noch so viele Leute. Oh mein Gott, da kommt jemand. Zwei kommen da. Ich habe Angst. Mama. Mach sie alle. Mach ich. Ich bin so dumm in meinem Kopf. LOL. Der hat seinen eigenen Typen gekillt, wenn das sein eigener war. Weiß ich nicht. Nee, war auch nicht, war auch nicht. Hier kommt mal raus. Ach, okay. 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 Bis zum nächsten Mal.